Oh Mann, das ist natürlich eine Frage, wann ich da immer bin. Ich lebe ja auch noch ein Leben, ich bin ja auch noch ein Mensch. Ich bin ja auch noch der Norbert Privat, nicht nur euer Norbert. Da bin ich ja schon ganz viel. Aber eigentlich bin ich ja schon Rentner. Und ich habe mir mit meiner Frau vereinbart, ich darf das so lange weitermachen, wenn ich einmal im Monat mit ihr für ein paar Tage in den Urlaub fahre. Also an den Tagen bin ich schon mal nicht da. Dann habe ich auch manchmal Besprechungen mit Firmen oder so. Das sind große Entscheidungen. Kann man so schlecht hier mit allen Kunden zusammen besprechen? Das ist dann schon eine Entscheidung, die vielleicht mit einem Unternehmen nur unter vier Augen getroffen hat. Aber so die Hauptzeit, wenn man mich trifft, das ist so zwischen 10 und 13 Uhr. Und vielleicht nachmittags nochmal so ab 16, 17 Uhr bis 18, 19 Uhr. Genauer kann ich das aber nicht sagen.